Freunde bei gefleckten körperlichen Ertüchtigung, ich grüße euch. Leider gab es an meinem Crosser den ersten Defekt und zwar ist da eine Speiche abgerissen am Hinterrad. Man hört es auf, das Nippelkulot jetzt noch in der Felge drin rum. Deswegen habe ich mir jetzt einen Ersatz besorgt. Das sind zwei Mavic Felgen. Da haben wir noch einen Nachbadsatz von Mavic und den werde ich jetzt einbaden. Musik Hallo, Freunde der gepflegten körperlichen Ertüchtigung. Heute ist die Nacht der Nächte, denn heute Abend bzw. heute früh ist in Hawaii die Weltmeisterschaft. Die WM auf der Langdistanz in Hawaii 2018. Ich werde es mir im Livestream anschauen. Das wird super geil. Ich bin total gespannt. Ich habe schon die ganze Woche auf YouTube die ganzen Hawaii Specials konsumiert. Breakfast with Bob. Dann Lionel Sanders auf seinem eigenen Kanal. Pushing Limits hat auch super Beiträge ins Netz gestellt und veröffentlicht. Also das war echt spitze. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht, mich darauf einzulassen, mir das anzuschauen. Echt genial. Mein Tipp für den Ironman auf Hawaii 2018 bei den Frauen. Ich denke, Lucy Charles, die hübsche Lucy, kommt als erstes aus dem Wasser. Sie wird auch das Radfahren als erste Frau beenden. Als nächstes kommt die Daniela Rief in die Wechselzone. der T2. Überholt aber beim Laufen die Lucy Charles, weil sie einfach stabiler läuft, die Erfahrung hat. Und Daniela Rief wird auch bei den Damen den Ironman auf Hawaii gewinnen. Platz 2 für Lucy Charles und Platz 3. Jetzt kommt Anne Haug. Der Rookie bei den Damen. Ich denke, sie ist völlig unbefreit. Hat keinen Druck. Will einfach sehen, was passiert und wird ihre Stärke beim Laufen ausspielen können. und wird auf Platz 3 landen. Bei den Herren, da ist so eine Sache. Ich denke auch, dass es dieses Jahr unheimlich starkes Radfahren geben wird. Das heißt, es werden zwei, drei Mann beim Rad deutlich vorne weg platzen. Da denke ich, wird Sebastian Kienle dabei sein. Lionel Sanders, Cameron Wolf. Die drei auf alle Fälle. Sebastian und Lionel gehen zusammen auf die Laufstrecke. Und Sebastian Kienle hat aber den deutlich längeren Atem. und läuft auf Platz 1 im Ziel. Lionel Sanders auf Platz 2. Und dritter wird Javier Gomez. Der von der Mittelstrecke kommt und unheimlich stark laufen kann. Ich denke nicht, dass Patrick lange dieses Jahr aufs Treppchen kommen kann. Ich weiß nicht. Es ist halt so ein Gefühl. Also ich habe mich für das Rennenszenario so entschieden. Steinigt mich nicht, wenn es anders kommt. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es heute Abend so ausgehen wird. 18.30 Uhr ist der Livestream auf dem ZDF. Oder bei Triathlon Now. Oder Ironman Now, genau. Bei Ironman Now. Die werde ich mir reinziehen bis zum Ende. Bis die Frauen auch im Ziel sind. Und ich bin echt gespannt und heiß drauf. Also dann, wir sehen uns später. Ciao, ciao. Temperaturen fasst die auf Hawaii. Und das im Oktober. Kurz, kurz Radfahren. Wahnsinn. Ihr habt gesehen, dass ich heute früh einen Laufradsatz getauscht habe. Bei meinem Crosser. Ich habe mich für den Mavic Laufradsatz entschieden. Den Ascium ist einer der günstigeren. Habe aber mit Mavic bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Macht einen sehr stabilen und guten Eindruck. Den anderen Laufradsatz werde ich reparieren. Und werde Straßenreifen aufziehen. Und somit habe ich den zweiten Laufradsatz, den ich auf den Crosser stecken kann. Und habe dann Straßenreifen. Leider hat Bike Discount mich etwas enttäuscht. Ich habe den Crosser ja vor ein bisschen mehr als einem Monat bei Bike Discount bestellt. Habe jetzt versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wegen dem Defekt am Laufradsatz. Leider war das alles erfolglos. Es hat niemand auf meine Anfrage reagiert. Ich habe zwar ein Ticket oder zwei Tickets aufgemacht. Aber es kam nichts. Das ist ein bisschen traurig, ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir einen neuen Laufradsatz bestellt. Damit ich wieder einsatzfähig bin. Sonst ist das Rad immer noch top. Klar, der Laufradsatz war sicherlich eine der günstigsten Komponenten, die da in so einem Crosser dran sind. Ich denke auch, das war eigentlich ein Problem vom Einspeichen. Die Speichen und Nippel, die stehen so schräg. Auch bei den anderen, die jetzt drin sind. Sodass, denke ich, im Gelände die ein oder andere Speiche da noch kaputt gehen kann. Ich habe alles umgebaut. Die Scheiben behalten. Genauso auch das Ritzelpaket umgebaut. Die Reifen umgebaut. Ich habe das Ritzelpaket jetzt gleich nochmal sauber gemacht, wenn es einmal draußen war. Und bis jetzt macht das einen sehr guten Eindruck. Ich bin heute schon eine kleine Runde gefahren. Und ja, gewichtstechnisch habe ich damit auch ein bisschen Tuning betrieben. Und es ist ein bisschen leichter geworden. Aber ja, ich denke, das hält sich alles im Rahmen und ist nicht die Masse. Wichtig ist, dass es stabil ist und dass es hält. Und das sollte es jetzt. Und das sollte diese Masse sein. Untertitelung des ZDF, 2020